Torwart behält die Binde Metz Hummels, Jerome Barthain, Thomas Müller, Arjen Robben Die Liste der Führungsspieler beim FC Bayern ist lang. Von der Spitze grüßt weiterhin Manuel Neuer, auch unter Niko Kovac. Niko Kovac will als neuer Cheftrainer die Hierarchie beim FC Bayern München nicht umkrempeln. Nationaltorwart Manuel Neuer werde auch unter ihm Kapitän bleiben, sagte Kovac dem Kicker. Stellvertreter bleibt Thomas Müller, der bereits 286 Bundesliga-Spiele für den Rekordmeister auf dem Konto hat. Kovac merkte an, dass er die Kapitänsbinde prinzipiell auch anderen Spielern zutrauen würde. Eigentlich könnten wir pro Spieltag elf Kapitänsbinden verteilen. Jeder in der Mannschaft weiß, welchen Stellenwert er im Klub hat. Arjen, Frank, Metz Hummels, Jerome Barthain sind auch alle Kapitäne, wenn auch ohne Binde. Über die Routine ist Arjen Robben und Frank Kribi verlor Kovac weitere lobende Worte. Diese beiden hängen sich jeden Tag hundertprozentig rein. Eigentlich müssten sie das nicht, weil sie schon so viel in ihrem Leben erreicht haben. Aber der Drang, noch mehr zu arbeiten, noch besser zu werden, auch in diesem Alter, das macht diese Spieler aus, lobte Kovac. Einen Startelf-Garantie wird es für die beiden wohl trotzdem nicht geben. Dafür stehen mit Kingsley Coman und Sergei Gnabry zu starke Konkurrenten bereit. Liebe Leserinnen und Leser, Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team